Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Landwirtschafts-Simulator 2015. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört... Er ist hier gerade am rumchillen. Genau, Flügen und Seen. Wir sind gerade ordentlich am Samen in die Erde bringen, sag ich einfach mal. Er ist auch fertig mit Flügen und was wir jetzt als nächstes brauchen, ist eine Seemaschine. Moment, die finden wir. Moment, neun. Wo ist denn der nächste Shop? Da vorne. Da fahren wir jetzt mal direkt hin. Ich weiß nicht, ob wir uns für 7.800 jetzt eine Seemaschine leisten können. Hoffe ich einfach mal. Damit wir mit zwei Treckern gleichzeitig es quasi sehen können. Wäre auf jeden Fall eine ganz feine Geschichte. So. Was habt ihr denn Schönes für uns? Schneidwecke, Seemaschinen. Ach du Scheiße, sind die teuer. Boah, sind die teuer. Das ist aber gar nicht gut. Kann man sich verschulden? Nein. Okay. 15.000. Was habe ich hier alles in der Garage? Kann ich irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche? Nein, brauche ich alles. Ich brauche auch die vier Trecker eigentlich. Okay, dann muss ich jetzt erstmal meine ganzen Vorräte verkaufen, dass ich, äh, ja, quasi an meinem... Ups. Muss ich jetzt immer zu meinem Hof zurückfahren oder kann ich auch hier irgendwas aufladen? Hier ist ja auch so ein Anhänger-Symbol. Quasi. Was ist hier los? Dieser andere versorgt das Biomasse-Heizkraftwerk. Dieser andere versorgt das nahegelegene Dorf mit Heizwärme. Sobald sie in die Forstwirtschaft einsteigen, können sie anfallende Hackschnitzel hier abladen und verkaufen. Nein. Verstehe. Okay, dann muss ich jetzt zurück zu meinem Bauernhof. Der ist genau in die andere Richtung. Genau. Hier geht's her. Wie sieht's denn mit meinem anderen Feld aus? Ich hab hier noch was. Ist im Wachstum. Hier die 38. Ich würde sagen, das ist noch hellblau. Vielleicht muss ich mir die Zeit mehr irgendwann so ein bisschen schneller stellen, wenn ich hier... Das ist eine gute Idee, weil hier so quer fällt ein. Boah, der quält sich hier aber auch einen ab. Mein Gott. Ich brauche unbedingt bessere Trecker. Oder ich benutze einfach mal den Straßenweg. Eins von beiden. Falscher Knopf wieder. Ja, der Anhänger ist leer, Kollege. Gebt mal ein bisschen Gas. Oder ich sollte den zum Flügen benutzen und den Akrotron zum Fahren. Der ist doch bestimmt schneller, oder? Und hier ist mein SIO richtig. Ja, genau. Falsch rum rangefahren. Sauber. Bei mir läuft. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir? Was verkaufen wir? Ich meine, gucken. Kartoffeln sind hochgegangen. Raps kriegen wir 1.108 pro Tonne. Getreidespeicher. Transportfirma 1.187. Raps bringen wir zur Transportfirma. Okay. So, wo ist die Transportfirma? Da oben links. Auf geht's. Wie sieht es mit meinen Treckern aus? Sieht nicht fleißig. Das ist am Säen. Alles gut. Ich wollte mal echt hier einen dickeren Trecker holen. Jetzt gucke ich schon wieder mit dieser Gurke hier rum. Obwohl 44 fährt, aber auch wäre ich runter. Ich drücke mir die Falschstaste. Da fahren wir hier wieder schön querfeld ein. Das macht Spaß. Das ist schön. Voll. Kann man auch irgendwie Autofahren machen. Beim letzten Mal konnte man glaube ich auf 3 drücken. Und dann hat der auch von automatisch Gas gegeben. Aber hier scheint es glaube ich nicht mehr zu gehen. Das ist doch eine relativ große Karte. Also geht schon klar. So, die Transportfirma. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür die das mit dem Laps brauchen, aber... So, das soll mir gleich sein. So, wir gehen mit Kohle. So, einmal leer machen. Zack. Hier brauche ich 15.000, ne? Ich kann mir das Ding jetzt kaufen. Ich nehme mit einem anderen Trecker dahin. So ein Shop. Wo ist der denn? Scheiße. Frischer Knopf. Da vorne. Nice. Dann habe ich direkt eine neue Sähmaschine am Start. Dann kann ich hier Duo säen. Dieses Feld ist auch bei D23, ne? Richtig fettes Ding. Auch sehr realistisch hier. Federung ist quasi nicht vorhanden bei dem Ding. Aber egal. Das ist egal. Neun. So. Hier sind wir am Shop angekommen. Das ist nun wieder. Nice. Einmal Profi, immer Profi, sage ich immer. So. Dann her mit der neuen Sähmaschine. Fahrzeughändler aufrufen. B-b-b-b-sähmaschinen. Was kann die hier? Arbeitsbreite sind auch 3 Meter. Ich nehme jetzt die hier. Günstiger werden die hier nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich nehme die Pöttinger. Stehe beim Händler abholbereit. Dankeschön. Wo jetzt immer auch der Händler ist. Na, nehmen wir den. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich den Ober hier am Start. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Aber bei meinem Bauernhof, oder? Bei meinem Bauernhof gibt es die Samen. Das sind ja richtig schwammige Lenken, wie der Deutz-Aggro-Star. Auf geht's hier hoch. Hauf auf zu meinem Hof. Oh, hier quält er sich wieder. Mein Gott. Ey, mit 24 tucker ich jetzt hier oben. Glaub ich es nicht. Ey, wie so eine Oma. Oh, die sollte ich mal wieder putzen hier. Der sieht ja aus wie Sau. Mein Gott. Ups. Ich sehe. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nochmal... Samen. Hier vorne stammen die da, oder? Ja, genau. So, was sehen wir? Sähen wir wieder Rapsulass machen? Ich würde sagen, Raps bringt am meisten, oder? Ne, komm, wir machen auch mal... Das. Gäste oder Weizen? Ich glaube, es ist Weizen, ne? Ich kenne mich doch nicht aus, Freunde. Ich kenne mich doch nicht aus. Ne, komm, wir machen Raps. Raps bringt am meisten. Raps ist einfach krass. Und Raps habe ich ja gerade gesät. Ne, komm, wir machen das hier. Sähen Maschine auffüllen, eher. Wäre jetzt geil, wenn der beim Auffüllen so vorne aus den Federn gehen würde. Das ist auch nicht so richtig. So, dann kommen wir zum Feld hier. Mein Ziel ist es natürlich immer, schön, alle gleichzeitig an der Arbeit zu haben. Ja, das hat nicht geklappt. Braucht mal ein bisschen Anlauf, glaube ich. Dann geht mal ein Pin-Kollegen. Zieh, zieh. Jawohl. Nice. So. Einmal schön gerade hinstellen. So, auf geht's. Finde ich auch gut, wenn er die, äh, wenn er das Teil anschaltet, dass er dann direkt so quasi ein bisschen in die Knie geht, sag ich mal. Oder so ein bisschen, ähm, ja, die Drehzelle hört. So sagt man jetzt, glaube ich, auf Hochdeutsch. Jetzt habe ich jetzt zwei Felder am, schon angesät, jetzt müsste ich irgendwie mal die Zeit schneller stellen. Oder? Oder wie, oder wie, wie geht das? Ich hoffe, es geht irgendwie. Was habe ich denn noch für Felder sonst? Die 29, die 24, die 38. Drei Felder habe ich, ne? Ja. Drei Felder. Und zu dem kann ich, zu der, zu dem gepflanzten Feld kann ich schon. Warte, der ist fertig hier? 24? Tatsächlich. Der ist fertig. So, hier ist es im Wachstum. Aber das ist alles hellblau. Ach, hier steht noch was. 37? Ach, da steht was. Warum steht bei der 37 was? Boah, da fahre ich jetzt erstmal hin mit meinem Drescher. Vielleicht kann ich das einfach wegenden. Einfach mal so. Natürlich eine ganz feine Sache. 37. Oh, wie sollte ich mir angewöhnen, die Straßen zu nehmen? Das ist eindeutig schlauer, als hier so, ja, genau, das zu machen. Ich glaube, das ist Quatsch hier hinzufahren. Guck mal, ich sehe schon, dass es keinen Sinn macht und fahr trotzdem hin. Was ist das für eine Logik? Was ist das bitte für eine Logik? Ah, sie besitzen jetzt Feld. Ich guck mal, jetzt weiß ich es auch nicht für die Gewissheit. Gut, dann fahren wir wieder zurück. An der 38 müssen wir als nächstes. Wo ist denn hier ein Weg? Ein Weg. Vorne kommt eine Straße. Wo war da irgendwie hoch? Ja, hier ist es gerade schlecht. Der alte Offroad-Mail-Drescher. Da ist er wieder. Komm, Junge! Jawohl! Schön. Scheiße, ich muss ja noch einen höher. Ich muss eigentlich da oben hin. Oh, kacke. Oh, nein, nein, nein. Quatscher Knopf. Jetzt müsste ich zurückfahren. Oder ich komme irgendwo durch, wenn ich durchs Gebirge fahren. Ah, hier komme ich, glaube ich, durch. Das sollte kein Thema sein. Jawohl. Oh. Da wird er auch schon langsamer. Jetzt seht ihr die übelsten Furchen. Mein Gott, komm. Ich stelle dich jetzt nicht so an. Das ist nur ein Berg. Du hast vier Reifen. Wovon nur zwei angetrieben sind. Aber du hast vier Reifen. Alles ist natürlich oben abgezäunt, damit ich da nicht draufkomme. Da komme ich vorbei. Ihr könnt mich nicht verarschen, die Schweine. Ja. Auch egal eigentlich. Da fahre ich halt hier oben her. So, ich muss jetzt gleich mal herausfinden, wie man die Zeitschneuer stellt. Ich habe es hier nicht so am Handbuch dabei. Ich habe da hier extra... ...ein bisschen gekauft. Ein Handbuch und allem Zipp und Zack. Das ist der Todkürze. Natürlich auch witzgeil, dass ich mir das jetzt eben durchlese. Das ist natürlich auch gar nicht langweilig für euch. Ich könnte natürlich auch ins Menü gehen. Ach, scheiß drauf. Ich fahre jetzt erstmal meinen Drescher zum Feld. Jeder Bauer wird mich hierfür besenkt erklären, wie ich hierher fahre. Gut. Aber wir sind angekommen. Bei unserem Feld 38. Den lassen wir mal schön entstehen. Guck mal, ein Mensch. Mehrere Menschen. Er kann durch mich durchgehen. Der ist am säen. Der ist fertig mit säen. Ne, also wir müssen jetzt erst die Zeit schneller stellen. Zeit... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also als nächstes stellen wir die Zeit schneller. Dann sind erstmal wieder... Irgendmal wieder einige Sachen. Um dann ordentlich Geld einzunehmen. Und dann kaufen wir uns mehr und mehr Sachen. Und Felder müssen wir auch kaufen. Richtig. Gut. Mit diesem Let's Play mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin verabschiede ich mich. Sage haut rein. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Folge gehabt. Natürlich. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 爆 fan war.